Warst du schon mal auf einem Konzert? Äh, glaub schon, ja. Okay, wie hört sich das auf so einem Konzert immer so an? Laut. Was machen die alles? Tanz und singen. Könnt ihr das auch? Ja! Eins, zwei, drei! War das jetzt überzeugend für dich? Aber auch schon, ja. Echt, das hat dir schon gereicht? Nö, viel mehr. Da geht echt noch viel mehr, oder? Kassel war heute schon viel lauter, oder? Ja, bei mir war es lauter. Also, Kassel, nochmal. Eins, zwei, drei! Ja! Das klingt sehr, sehr gut. Wir gucken noch einmal, ob sie auch wirklich... Habt ihr überhaupt Lust? Ja! Nee, tut mir leid, aber die haben noch zu tun. Die singen da gerade mit Hands Up und machen so eine kleine Party und tanzen den Schokolattetanz. Ich glaub, die können nicht. Ja! Wolltet ihr vielleicht nochmal rufen? Vielleicht kommen sie dann! Ja! Okay, sie lassen sich überzeugen. Also, ist hier für euch! Unsere Star-Tagebuch-Band 2011. Ich freu mich riesig, dass ihr auf die Kürze sind. Hier sind... Ja! 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 Und hier sind Tama und Miriam.